Oh, was hast du gesagt? Der Kameramann, mir erwartet die ganze Zeit. Jetzt geh weg hier, du stört, geh weg! Heute drehen wir unser offizielles Musikvideo von Hashtag Team Pink! Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Lasst aber auf jeden Fall schon mal ein Like da und kommentiert mit Hashtag Team Pink! Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video hinter den Kulissen! Hashtag Team Pink, für immer, 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 Hashtag Team Pink! Okay, also Jansel bereitet sich jetzt etwas vor. Gleich drehen wir das Musikvideo. Hier haben wir auch schon Lichter, Kamera und ja, was hast du noch so mitgenommen? Ich habe voll coole Sachen mitgenommen. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist mein Merch. Schau mal, das ist hier. Haben wir hier, Autogrammkarten. Genau, das darf alles nicht fehlen. Was hast du noch so? Oh, natürlich meine coolen Outfits, guck mal! Oh, was für pinke Outfits! Mit Glitzer, mit so einem Tracksuit, noch ein Tracksuit und noch einer! Boah, das wird echt cool! Ey, weißt du was richtig krass ist? Ja? Schau dir mal meine Schuhe an! Alter, du hast nicht wirklich Hello Kitty Schuhe! Doch, habe ich! Ich habe an alles gedacht, richtig krass, ne? Ey, das Videoclip wird einfach der Hammer! Ey, das wird so krass! Ey, du fragst dich jetzt bestimmt, Jansel, hast du noch irgendein Outfit? Ja! Natürlich habe ich noch eins! Schau mal! Ich werde zu einem Teddy! Du hast ein Teddy-Outfit? Ja, ist hier ein Teddy-Kleid an, mit Teddy-Schuhe! Oh mein Gott! Und dann bin ich ein Teddy! Und weißt du, wo ich diese Szene drehe? Wo denn? Hier drinnen, guck mal! Jetzt lach aber nicht, okay? Wo denn? Guck mal, ich gehe dann hier rein, ich lasse so meinen Teddy hier und jetzt guck! Was? Du kannst da rein? Ich kann hier rein! No way! Das ist richtig krass! Ey, du bist jetzt einfach im Automaten, Jansel! Und du könntest theoretisch damit spielen und mich greifen! Oh mein Gott, das mache ich jetzt! Dein Ernst? Warte, hör auf! Ich muss dann mein Musikvideo drehen! Ja, okay, Leute! Jansel wird jetzt auf jeden Fall ihr Musikvideo drehen! Und ich werde ein bisschen so im Hintergrund sein und für euch ein bisschen mitfilmen. Zeig, die Musik jetzt aufzudrehen! Let's go! Oh, es ist laut! Ey, es ist laut! Mach leiser! Ich zeige euch jetzt, wie das aussieht! Und zwar ist zum Beispiel jetzt da gerade Jansel und sie performt halt verschiedene Szenen und hier ist dann die Kamera und schaut mal, jetzt nehmen sie halt verschiedene Szenen auf, wie zum Beispiel, mach jetzt, musst du da stehen, jetzt performt sie so, sag ich mal. Und im Hintergrund läuft dann auch immer wieder der Hashtag Team Pink Song und je nachdem muss sie halt synchron immer mitsingen und das wird richtig cool werden, Leute, schaut mal. Und es macht auch richtig viel Spaß. Macht Spaß? Mega! Oh, Leute, ich zeige euch mal, wie das dann aus der Kamera aussieht. Hello Kitty Schuhe! Leute, so sieht das dann hier auf Kamera aus. Oh mein Gott! Das wird so ein cooles Musikvideo werden! Das wird springen, Leute! Das wird springen! Ich springe jetzt, Leute! Ich springe jetzt, Leute! Ich bin ready! Mach ruhig Zeit, du boh, okay? Hashtag Team Pink! Boah! Sie ist aber richtig krass gesprungen, Leute! Oh mein Gott! Leute, bewertet mal jetzt Jansels Outfit 1 bis 10. Wie findet ihr ihr Outfit? Also ich würde sagen, die Outfit ist schon eine 10 von 10. Okay, Jansels, du hast dich jetzt umgezogen. Ja, weißt du, wie ich aussehe? Zeig mal her. Wie ein Teddy! Ey, du hast sogar Teddy-Schuhe. Ich weiß! Teddy-Anzug. Ja, hallo! Musikvideo muss richtig krass werden, Leute! Alles für euch! Lass dich mal ein Like da, wenn ihr mein Outfit cool findet! Ey, und wo drehst du jetzt die Szene? Ich weiß nicht, entweder hier neben der Kuschelwand. Ah, Kuschelwand? Also entweder mache ich das hier. Oder da, wo halt diese ganzen Kuscheltiere sind. Schau mal, hier ist so ein Spielautomat. Ah, ja, 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 ja. Da kannst du reingehen, ne? Genau, da kann ich reingehen und am Ende kann man mich sogar gewinnen. Oh mein Gott! Ey, das wird richtig lustig! Und, sei mal ehrlich, wie macht das dir Spaß, also Musikvidee drehen? Ey, das macht voll Spaß! Ja, ne? Es ist schon ein bisschen anstrengend, so man schwitzt schon. Aber es ist noch richtig Spaß. Man muss halt auch diesen Song mehrmals durchlaufen und immer wieder Sachen drücken. Aber wir machen das für euch, ne? Genau, Leute! Wir machen das für euch! Hashtag die Pink! Wuuuuh! Wenn der Song draußen ist, dann müsst ihr den unbedingt rauf und runter hören. Leute, jetzt wird gerade die Szene gedreht, wo Jansel im Automat ist. Und schaut mal was aus! Ey, das ist so cool, Mann! Ich wünschte, ihr könntet den ganzen Song vollständig hören. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Okay, jetzt gibt es die nächste Szene. Und da ist Jansel in so einem Kiosk-Späti. Und der ist einfach komplett pink, Leute. Schaut euch das mal an. Und jetzt... Wuuuuh! Leute! Ey! Sie macht das so gut, ne? Ey, Leute! Jansel macht das so gut! Ihr müsst verstehen, das ist ihr erster Song und ihr erster Videodreh. Und sie stellt sich wirklich richtig gut an. Respect! Okay, Leute! In der nächsten Szene ist jetzt Jansel hier. Und sie tut jetzt natürlich so, als würde sie Playstation spielen. Aber sie spielt natürlich nicht Playstation. Aber das sollen halt so coole Zwischenszenen sein für das Musikvideo. Und die gefällt es dir bisher? Mega! Ey, wir sind auch voll kreativ, ne? Ja, oder? Wir machen so richtig coole Sachen mit Playstation. Guck mal, was uns der Kamperein angebracht hat. Riemenbogenlicht! Einfach ein Rainbowlicht, ey! Ey, mega krass! Die nächste Szene ist aber richtig cool. Dafür haben wir uns so eine riesen LED-Wand besorgt. Ey, mega krass, oder? Ey, das wird echt cool. Guck mal, hier sind richtig viele Herzen. Ey, Leute, ich prank jetzt Jansel. Ey, kannst du das in Pink einstellen? Ja, ich stelle das mal jetzt in Pink ein. Guck mal, was es hier alles gibt. Aber ich mache für sie so eine Ast-Theorie. Was hast du gemacht? Das sieht richtig blöd aus. Das ist ein Prank! Ey, was ist das, der Barry in dir ist rausgekommen? Okay, okay, komm, ich mache dir wieder was Schönes. Was ist das für mich jetzt, Barry? Herzen! Mann, unser Kameramann hier erwartet die ganze Zeit. Sorry, Kameramann. Mann, ey, schau dir das jetzt. Sorry, ey, komm, wir machen jetzt das. Mann, ey, Mann, Barry, was soll das? Ey, das war Barry. Komm, wir machen wieder Herzen. Ach, endlich, jetzt geh weg hier, du stört, geh weg. Ich geh weg, ich geh weg. Okay, Leute, die nächste Szene, die wird richtig cool. Dafür haben wir nämlich solche Lichter. Und schaut mal, was wir hier aufgebaut haben. So ein Riesenmond und solche Wolken, die sind natürlich nicht echt. Und gleich wird Jansel, sage ich mal, hier sich reinlegen. Und wir halten dann so Licht auf sie. Und die Szenen werden richtig cool werden. Jansel, wo bist du? Okay. Nein. Sie kommt gleich, weil sie zieht jetzt, glaube ich, ihr drittes oder viertes Outfit an. Boah, Leute. Ey, wir gehen mal kurz zu Jansel. Wir gucken mal, was sie machen. Bist du hier drin? Hey. Bist du hier drin? Hey. Da ist Jansel. Hey, raus von dir. Oh, oh, sie macht sich gerade fertig, Leute. Ich hätte sie gar nicht sehen dürfen. Okay, Leute. Wir sind schon sechs oder sieben Stunden am Drehen. Das ist wirklich ein richtig harter Drehtag. Und jetzt kommen noch die letzten finalen Szenen. Oh mein Gott. Das wird so ein krasses Musikvideo werden. Und schaut mal, was wir hier haben. Einfach einen ganzen Raum voll verspiegelt. Und hier drin kommen auch noch die letzten Szenen. Ey, das wird so krank krass werden. Ey, freut ihr euch schon auf dieses richtig coole Musikvideo? Oh mein Gott. Und Leute, schaut mal hier. Es sieht jetzt gerade nicht pink aus, weil die Lichter hier so ein bisschen irritieren. Aber 6.04.14 Uhr. Der neue Team Pink Merch kommt raus. Gönnt ihn euch. Oh ja, sieht cool aus. Ja, guck mal, was habe ich mit meinen Haaren gemacht. Ey, coole Haare. Cooles Outfit. Ja. Und jetzt geht's los. Ich halte auch das Licht gleich so auf dich. Das wird richtig cool werden. Ey, du hast mir nicht gesagt, dass meine Hose in meinen Schuhe hält. Sorry. Ey. Okay, Leute, könnt ihr das sehen? Die drehen gerade die Szenen. Ich halte das Licht und Jansett performt hier. Ey, das sieht so cool aus. Und vor allem, schaut mal, einfach die Autogrammkarten sind in den Wolken. Jetzt. Pink. Für immer, immer, immer. Hashtag Team Pink. Okay, Leute, wir haben jetzt die Nyxel Location. Und die ist richtig hell. Schaut euch das mal an. So, ich muss jetzt ein bisschen zur Seite gehen, weil ich kriege schon Ärger vom Kameramann. Boah, guckt euch mal diese Performance an, Leute. Alter. Pühlt es. Come on, Jansett. Pühlt. Boah, sie pühlt aber richtig. Ey, Leute, wenn es hier Outtakes gibt, also wenn Jansett so Sachen falsch macht oder wenn Jansett vielleicht hinfällt, vielleicht absichtlich, unabsichtlich, dann wird es auch nochmal einen Short-Zusammenschnitt geben von den ganzen Fails. Aber jetzt gerade konzentrieren wir uns richtig krass, was dieses Musikvideo im Kasten ist. Und schaut mal, die gehen sich gerade richtig für hier. Der Kameramann ist seit Stunden auf den Beinen. Jansett ist seit Stunden am Performen. Zieht immer neue Outfits an. Und alles wirklich nur für euch, Leute. Es ist wirklich so krass, wie viel Zeit, Energie und Kraft wir in dieses Musikvideo stecken. Und in den Song, nur damit wir euch happy machen. Also, Leute, bitte, bitte, bitte macht Jansett. Oh, das kommt auf jeden Fall in die Fails rein. Also, bitte, Leute, macht Jansett happy und lasst mir jetzt ein Like da für dieses coole Video. Okay, jetzt die nächste Szene, Leute, ist so ein Fake-Flugzeug in pink. Und schaut mal, wie das aussieht. Das ist eigentlich nur Kulisse. Unser Kameramann. Und hier dreht Jansett die Szene. Und schaut mal, das ist natürlich nicht echt. Sieht aber, wenn man das richtig filmt, so aus, als würde Jansett in einem Flugzeug sitzen. Und das wird richtig cool aussehen. Schaut mal, wie pink. Leute, wir sind in so einem richtig krassen Raum. Und schaut mal, was Wadduj jetzt macht. Guckt mal. Wadduj, was machst du da? Er sammelt gerade... Konfetti. So viel goldene Konfetti. Schauen wir mal, was passiert, wenn das hier reinkommt. Nein, sag mir nicht. Sag mir nicht, nein. Aber jetzt von oben. Wow, yeah. Nice. Ey. Jesus, ich bin bei mir in den T-Shirts rein. Oh mein Gott. Wie cool war das denn gerade, Leute? Konfetti-Party. Wow. Ey, Jansett. Ja? Das ist jetzt die finale Szene. Und die ist einfach im Bällebad. Ey, das wird richtig cool. Ich spring gleich da rein. Wirklich? Aber mit dieser Kamera. Ach so, du nimmst jetzt diese richtig teure Kamera in die Hand. Ey, die ist richtig teuer. Wenn ich es hier einmal jetzt fallen lasse beim Sprung, ist sie pussch. Das kannst du nicht bezahlen. Ey, das kann ich nicht bezahlen. Schau mal. So siehst du da aus auf der Kamera. Hi. Oh mein Gott. Und damit sprungst du gleich da rein. Und das wird so eine richtig krasse Szene im Video. Ich habe Angst, ey. Jetzt geht's los. Okay, jetzt müssen wir die Musik natürlich anmachen. Wow. Ey, Leute. Jansett ist da gerade reingesprungen. Und ich hoffe, sie hat die richtig teure Kamera nicht kaputt gemacht. Okay, jetzt. Sprungst du wieder rein? Ja. Ey. Komm, ich mach, helf dir mal. Der Flamingo kommt erstmal da ganz hinten hin. Ey, Leute. Jansett hat ja hier richtig Spaß. Hey. Was geht denn hier ab? Leute. Komm, wir werfen mal noch ein paar Bälle auf Jansett. Leute, wir haben unser Videodreh jetzt im Kasten. Es hat einfach so Spaß gemacht. Ich hoffe, dieses Videoclip wird euch gefallen. Leute, das war das offizielle Musikvideo von Hashtag Team Pink. Oh, Leute, ich bin außer Atem. Lasst alle einen Like da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.